Proven Black Mask ist eine Gesichtsmaske mit Aktivkohle und enthält aber auch zudem viele pflegende Inhaltsstoffe, die für die Haut halt wirklich kleine Pfunde vollbringen. Die ist aber auch demotologisch getestet worden, hat natürlich mit sehr gut bestanden und enthält aber auch das unnötige Zeug nicht. Das bedeutet auch enthält keine Mineralöle, keine Silikone, keine Paraffin Substanzen. Nur das gute Zeug ist drin. Sie ist zudem auch vegan. Und was ich an der ganz toll finde, ist, dass man sie nicht abziehen braucht. Also das tut ja wirklich weh. Es gibt ja viele auf dem Markt und ihr kennt das mit Sicherheit. Vielleicht habt ihr auch schon aktive Kohlmasken bei euch zu Hause oder habt es selber schon mal ausprobiert und viele muss man abziehen und das tut auch wirklich ein bisschen weh. Bei der ist es nicht so. Das ist nämlich eine Peeling Maske und man hat beides in einem. Man hat sowohl eine Maske, aber auch einen Peeling Effekt danach, denn da ist Tonerde mit dabei und die Tonerde, wenn man sie dann abwäscht in kreisenden Bewegungen, erzielt man so einen schönen Peeling Effekt. Die Haut wird glatter und geschmeidiger und fühlt sich danach richtig schön zart und frisch an. Ja, ich liebe sie total und kann sie jedem nur empfehlen. Bis zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020